Was kürzt man denn? Das sagen alle, alle bei denen, alle, wenn du dir die Comments durchliest von dem gekürzten Hörbuch, sind alle immer mad, extremst mad. Die schreiben immer, ja das ist voll gut, das Buch ist mega gut, aber warum ist es gekürzt und der Sprecher ist scheiße und all so eine Sachen. Alex, du wolltest den Link spielen, ne? Die, die ich habe. Alex, ist schon wieder weg. Ich wollte die unten links spielen. Kannst du die spielen? Das ging nicht. Ach doch. Oh, danke. Irgendwer hat die gerade schon genommen. Ja, ich hatte sie automatisch gekriegt. Darf ich die nehmen? Den kann ich aber auch spielen. Wobei, du kannst die spielen. Ich habe jetzt schon bereit geduld. Wir brauchen einen Heiler. Wenn du bereit gedrückt hast, ist es vorbei. Ne, ne, es war was anderes. Ja, ich dachte gerade, als hätte ich den Melee genommen, hätten wir keine Heiler gebraucht. Dann hättest du dich spielen können, aber... Wir haben doch schon zwei Melees. Ja, ja. Was kann einer Alex? Äh, Daniel? Was? Deinem macht Schaden. Ich bin Schaden. Ich bin auch DPS, glaube ich. Ja. Der Defen Blackberry? Ich gerade gelesen habe. Das sind doch im Gegner-Team. Wie die Super-Fast-Loader sind da im Gegner-Team? Aber richtig. Vielleicht wird es falsch synchronisiert. Wir spielen alle auf Playstation 2. Ne, spielen alle auf... Das schon gerechnet. So sieht die Grafik auch aus. Ja, aber die Grafik ist halt echt nicht besonders, aber ich finde sie eigentlich ganz okay. Könnte halt schon ein bisschen mehr, aber vielleicht ist es auch beim Beta erstmal so das höchste Detail da nicht. Hier müssen wir übrigens gucken, in den Einstellungen stand bei mir Texturen und da stand nichts rechts und da habe ich halt hoch ausgewählt und dann stand auch hoch. Also keine Ahnung, was da der Default-Wert ist. C, ne? Erstmal hier A einnehmen. Ich mache Tore errichten, was soll man das ist. Ich glaube, Tore errichten ist einfach nur ein stärkerer, stärkerer Ding, oder? Ja, ja. Ah, ne, Tore sind diese Tore, dass das zu ist und die Gegner, die da hin nicht verfolgen können, Mann. Das sind die Tore. Die gehen nämlich immer nur auf, wenn du da lang rennst. Ich dachte, das sind harte Grafik-Bugs, aber das sind die Tore, okay. Ja, das sind die Tore, die gehen immer nur für eigene Team-Member auf. Warum haben die schon 20 Punkte? Hier kommt ein Typ bei Dings reingelaufen. Ja, ja. Boah, ich weiß, warum den wahrscheinlich hier keiner spielt. Das Treffer-Feedback ist richtig scheiße, ey. Leute, der Bungenschutz ist direkt bei uns drin. Ja, hier ist auch bei uns direkt so schön. Einsatz abgehauen, unten ist der Turret, der ist der Turret, der ist der Turret unten. Aber nicht alle Sonderhoof. Keine Ahnung was das ist. Ich müsste jetzt immer durchlesen was das ist. Gegnerische Geschosse lenkt das ab. Ich versuche ihn zu snipen, oh mein Gott, der ist weggekommen oder? Ja. Welches Assassin gewesen wäre ich? Einer kommt rein, einer kommt rein, der Wirbeltyp. Ey ne Mann, ich hab irgendwie überhaupt gar keinen, Alter, treib ich den überhaupt? Ja, die auch, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht sterben. Sie haben einen, der ist superloch, der ist superloch, der ist superloch, der ist superloch in Leifung. Kommt weg, kommt weg, kommt weg. Ja, einer ist weg. Da ist weg, 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 da ist weg. Äh, ne, wie, ach ne, dann rennen wir zurück, oder? Ja, zurück, wir haben den Tank hier, wir haben den Tank hier, den können wir den Tank schicken. Boah, ich komme mit ihm nicht klar, oh mein Gott. Tank ist tot. Tank ist tot. Tank ist tot. Der komische Tower. Tower, 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 still davor, still. Hä, ich hab davor einfach dieses Wirbelding aufgestellt. Down, okay, nächster. Die Wand, die Wand, die Wand. Eines, haut ab. Der Potion, die bisschen. Low, 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 okay. Da kann's noch, da kann's noch. Gibt's nicht. Ey, haben sie überhaupt Schaden gemacht? Ja, nur ganz wenig. Alter, ich hab noch genau zwei Leben oder so. Guck mal, sie haben ein Viertel von einer Kachel. Ah, ne, doch nicht liegen. Nein, das ist besser, ne? Ja, das ist ja nicht. Wir haben hier für die alle Punkte gekriegt, ey. Lisa, du hast keine Hörbücher, du hast ne traurige Kindheit. Hahaha. Du hast nicht mal Bibi-Blox-Berg oder... Ich hab besser den Seeheiler. Ja. Ich müsste mal gucken, was mein, äh, Rechtsklick macht. Das ist Fang. Fang ist hart. Oh mein Gott, ich werd gekillt in der Base, Mann. Fang sind reingecharged. Alter, warum ist das so langsam? Oh, ich bin in unsere Base reingerannt. Was zur Hölle? Fuck. Ich bin in unsere... Ich bin in die gegnerische Base reingerannt, weil das weglaufen wird aus Versehen. Hm. Und ich hatte ne 19 AKD. Ich weiß nicht genau, was diese Screen einsammeln macht. Sie? Oh Gott. Ja, wir verkacken richtig. Ich bin gerade aber auch nicht da. Ja. Dann lass ich die Reinger einfach einnehmen. Ja, 10, 10, 10. Wird jetzt angerommen, oder? Ja. Super, jetzt bei 10 bin ich. Ja, weil die haben 80. Die haben 10. Dieser Tank hier ist ein bisschen okay irgendwie. Hält ein bisschen viel aus, ja. Aber der kommt halt immer weg mit seinem... Jetzt ist er tot, oder? Ne. Ne. 100, sie haben 100. Ey, wieso haben die schon wieder 100? Ey, der Champion hier ist scheiße, ey. Wenn wir 80 haben, ist das eigentlich überhaupt kein Problem, Mann. Ja, weil wir jetzt die killen und dann... Weil, die sind alle schon... Wir werden hier schildern. Alter, holy shit, Mann. Zurück, zurück. Wir müssen zurück, ne? Warum springe ich die ganze Zeit, Schatz? Und sie? Nur einer. Ja, nur einer. Anni zwar. Zwei oder drei Leute waren dran. Einen haben wir direkt weggeknirrt. Da ist immer noch einer! Hier ist noch einer! Lol, er hat drei von uns verwechselt, verdingst. Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Musst du eigentlich verlangsamt sein, wenn ich die Fähigkeiten hier richtig gelesen hab. Lisa, Fernsehen hat dich zerstört. Ich schicke dir mal ein Hörbuch, ein richtig gutes, ey. Das ist von einem, von einem getrunkenen Wachmann, der einfach immer besser wird. Oh, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin! Ich brauche hier Voice-Chat noch, Mann, damit ich rein kann. Nooo! Und damit ich einfach nur Miau-Katzen-Geräusche machen kann. Ups, 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 ups. Ich bin ja schon wieder am Stizzle von mir so. Ich bin ja schon wieder am Stizzle von mir so. Und der Tank war die ganze Zeit an mir dran. Oh, jetzt ist er bei mir. Ja, oh, wir sind zu Gerüter. Wir haben den Angriff, diesmal. Es ist Zeit, meine Regale wieder zu strecken. Tötet den Tank, tötet den Tank. Okay, hab dich gehalten ein bisschen. 20 Sekunden, geht's los? Wir greifen an und ich bin irgendwo am Spawn. Wir haben 2 Leute landen. Okay, so, wo rein darfst du? Wir haben nicht viel Zeit. Wow, destroyed, ey. Holy shit. Nein, killen, 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 killen. Oh, ich mach langsam mehr Schaden. Ja, wie gesagt, schaltet euch das ein, dass ihr die Timer, äh... ...dass ihr die Timer seht neben eurem Mauszeiger. Ich hab in den Optionen das eingestellt. Ich seh die ganze Zeit immer, wenn ich was benutzt habe, äh, bei, ganz normal, bei Einstellungen... Interface? Ich glaub, bei Gameplay... ...ja, hab ich. Ja, hast du gefunden? Ja. Ich hab's grad nicht mehr gefunden, oder? Ist halt mega praktisch. Du musst, du musst gucken, wo was ist, weil links oben ist halt schade, dass da nicht noch ein Button steht. Aber die sind immer an verschiedenen Orten. Ich verstehe meine, meine Linksklick-Fähigkeit überhaupt nicht. Ah, 50-50, ne, aufpassen. Ja. Ja, der ist halt sowas wie ein Tod jetzt, oder? Oh, holy shit. Ja, leider schon. Ja, ich kann mega Gegner slowen, Mann, das ist halt einfach nur meine Aufgabe. Ich hab so harte Slows. Der Typ brennt da irgendwo oben rum. So, ne, hier sind halt geil. Ey, geil, ich hab 18... Putz, ne, hier ist jetzt 18 Effizienz-Zone. Hier ist doch der Typ, ich weiß nicht, ob ich den klinge. Oh, Mann! Wie die gedongert werden. Oh, 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 jetzt noch, 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 noch. Alter. Der ist so schnell, ne? Zurück, wir müssen ganz schön rennen. Müssen wir defenden, oder angreifen? Nee, wir müssen defenden. Ach, nee, doch nicht. Läu. Hier, nutzt die Zeit noch, um den zu machen. Wir haben nur noch 7 Sekunden. Alter, kommt jetzt, kommt, kommt, kommt. Der eine macht irgendwie so einen komischen Punkt. Wir werden angriffen vorbei, wir werden angriffen vorbei. Hinter euch kommt ein Tank. Angreifen, angreifen. Angreifen, angreifen. Hinter uns hat sich der fucking Turm aufgebaut. Oh, ich bin so zerstört. Das war sehr schlecht. Wir haben zu viel getan. Jetzt haben sie 20 Sekunden und den nächsten kriegen sie. Und wir haben keinen Schaden am Ding gemacht. Wir sind 20 Sekunden mit B verteidigen, ne? Wir haben sie echt getötet. Das ist nicht gut. Haben sie? Wir haben, ja, 40 zu 70, wir müssen uns aufpassen. Okay, free kill. Was, wo ist er? Verdammt, Mann. Der Tank ist so lächerlich. Aber warum? Der macht so viel Schaden, ne? Lisa, was machst du jetzt eigentlich noch? Bist du am Zeichen oder machst du noch irgendwas Kreatives? Ich muss ihn verteidigen. Links kommt was. Ihr müsst auch mal eure Spezialisierung auswählen, ne? Na ja, dran. Verdammt. Wie kommt der weg? Der Turret, der steht immer irgendwo ein bisschen weiter weg und dann rastet der voll aus. Dieser ein Typ, der wir gerade getötet haben, der ist so übernervig, ne? Ich glaube, meiner muss halt immer länger auf einen Gegner schießen, bevor er sozusagen guten Schaden macht. Zieh, 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 zieh. Wieder angegriffen. Ja, zieh, wieder angegriffen. Der ist noch ein kleiner. Der Tank dran. Tank dran. Echt, das ist so interessant, Lisa? Ich dachte, du bist so langweilt. E, E, E. Wir haben E bekommen. Wir haben E bekommen, was? Ja, wir haben den verpassten. Nach dem Haus zurückbekommen. Oh, shit. Okay. Die Garrys sehen so geil aus, ey. Oh, Angriff kommt gleich und der fucking Tank ist schon wieder am rumlaufen. Er ist alleine, er geht mal alleine rein. Je klar, die du würdest töten vor der Phase, je klar, die du in dieser Phase getötest, erhöhen die Zeit, die Phase lang ist, ne? Ja, okay. Ja, das bin Heini, das bin Heini, das bin Heini. Das haben wir in dem Video gelesen. Alter, das kann nicht sein, Mann. Wir haben keinen Damage an den Kopf. Ach, wir haben es ab, wir haben es Wimgen getötet. Haben wir schon? LOL. Dann wird das Schild von unserem verstärkt. Also wenn die praktisch gewinnen, wir aber mit 80 Punkten gewinnen, dann unseren dickes Schild. Wenn wir nur mit 10 Punkten gewinnen, dann sind wir kein dickes Schild. Ja. Ich hab auch einen. Alter, wenn man erstmal abgegangen ist, manchmal schießt man da super schnell, manchmal nicht. Ich hab keine Ahnung warum. Aber wenn ich länger schieße, dann lädt sich das sozusagen auf. So schlecht ist der Zauberer nicht. Hinter uns ist Joshua. Zwischen C und D. Irgendwo hier. Oh, hä? Unsere Kreatur wird angegriffen. Eine von unseren Kreaturen wird angegriffen. A, A wird angegriffen, Leute. A, A, A. Der Turret, der Turret ist bei A. Oh, die sind alle bei A. Die dürfen sterben. Wir haben eine Kreatur. Fuck. Ist das tot? Ja, Mann. Aber dafür müssen wir wenigstens zertötet. Hallo, mein Effizient ist von 20 auf 9 gedroppt. Holy shit. Ja, wenn du stirbst, wir zahlbieren. Echt? F, go, 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 F. Ihr macht eh, wir machen F. Wo ist denn F? Bin da. Wer auch immer mit dir ist. Ich bin, ich bin auch bei F. Ich bin links. Der hat kein Leben. Wenn der aus dem Maul geht, kann er das kriegen. Die kann man nicht killen, ne. Pass auf, sind alle wieder da. Wir haben es gerade nicht killen. Ja, wir machen jetzt trotzdem das Ding hier. Wir haben das jetzt nämlich gleich. Ja, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Jetzt können wir alle killen. Ja, aber wir sind eine Sekunde jetzt los, ne? Ja, killen wir sie einfach. Oh shit, ich bin fucking Gary. Ich bin am Tower, am Turret Run. Oh, ich bin rein. Turret's down. Keiner, ich töte. Geh, go, go, wir haben noch 15 Sekunden. Bin da tot, nun. Vielleicht sieht mich keiner. Ich glaube, wir sterben. Oh, nee. Ich konnte noch aus der Distanz mit 0 HP drauf schießen und keiner hat mich angegriffen. Er wird da noch stehen, der steht drauf. Safe, ja. Der stirbt jetzt auch safe. Letzt überleben, Aurek. Ich weiß. Oh, ja. Oh, wir sind auch 4 gegen 5, ne? Auf dem Gericht, Gericht. Haben wir das Schild jetzt wirklich oder nicht? Haben wir zum Schluss noch 5? Hm? Der hat das Ding nicht bekommen. Ne, wir. Das siehst du da noch. Oben rechts. Warte mal, Leben. Das hätten wir gewonnen. Er kommt zu C. Wir sind wirklich. Unsere Kreatur ist in Gefahr. Los, ich hatte gerade 500 Schaden mit dem Arketenwerfer gegeben. Was ist das denn? Es gibt keine. F, 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 F. Wir bauen sie gerade auf. Ja. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Ja, ich kann auch vorhin so ein Ding aufbauen. Es sollten alle seine Schüsse eingezogen werden. Was lustig ist, wenn ich an einen von euch randashe, dann kriegt ihr ein Movement Speed Buff jetzt. Das ist eigentlich auch ganz nice. Oh, yeah. So effizient ist einfach nur... So, eigentlich müssen wir nur warten, bis C eingenommen ist. Ja. Ich will jetzt auf den letzten einfach wechselseiten sein. Ich will jetzt einfach safe noch ein bisschen nach hinten. Oh, hier kommen sie, hier kommen sie, hier kommen sie, hier kommen sie. Er fang zurück und dann so ist er. Oh mein Gott, was war das für ein Ulti? Ach, das ist dieser Strahl. Holy shit. Der Turt steht ganz hinten, der Turt gibt es nicht mehr Sinn. Andere? Ja, andere. Mir, mir, die ganze Zeit ist so der Tank auf mich gegangen und ich bin irgendwo hinten im Kreis gelaufen. Der Tank kann halt alle AOE stunnen, aber er geht lieber auf mich einzeln. Mensch, ergeben, es kann nicht zu fangen. Holy shit. Ich bin überhaupt nicht. Okay. Ich bin wieder nicht. Hä? Oh, ich habe trotzdem Level 4 bekommen. Ich habe Level 4 bekommen, wir kriegen trotzdem unsere Sachen. Ich habe jetzt auch das Geld gekriegt. Ich habe auch immer 1000. Ich glaube, das kommt einfach nur nicht sozusagen direkt in den Screen rein, sondern halt ein bisschen später. Dadurch verkackt. Ich habe trotzdem gerade gerne mal die...